Hallo! Kurz bevor das Video losgeht, möchte ich mich noch kurz für den Ton entschuldigen. Gerade da mein Hintergrund schon mal ein ziemlich starkes Rauschen hört. Das ist auch die nächsten Videos erstmal so, weil wir am Stück aufgenommen haben, aber ich wollte die Folgen trotzdem gerne hochladen. Und ja, ich hoffe, es stört nicht so sehr. Das lagert einfach daran, dass mein Mikrofon sich komplett verstellt hat und ich erstmal nochmal neu anstellen musste. Und ja, das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Deswegen hört man halt noch so einen Rauschen im Hintergrund. Nur damit ihr euch nicht so wundert. Und ja, sorry dafür. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Daddy by Daylight. Jetzt habe ich meine... Oh, warum sagst du denn Daddy? Ich sag immer Daddy by Daylight. Das ist mein Ding. Jetzt muss ich voll spontan. Ja, mit dabei sind wieder die Cell... Äh, nicht die Cell. Die Cell ist nicht dabei. Die Cell, der ihr Computer ist kaputt. Die Cell hat die verkauft? Ja, die Cell, genau. Ja, sorry, das ist immer so automatisch drin, dass Cell Ness und Baumi sag. Aber nein, tatsächlich sind nur Ness und Baumi dabei. Ja, die Cell, ihr PC ist kaputt. Cell natürlich auch dabei. Oh Gott, oh Gott, ich sehe hinten den Keller laufen in dein Leben. Wer ist das? Wer ist das? Ich glaube Hillybilly? Oder wie ist das? Ich habe nichts gesehen. Oh, man kann sich so super lieben. Wie der Bärenfallend-Type so. Oh, nee. Oh! Oh! Er bin dreht. Ich glaube, er hat... Ich glaube, er hat... Ich habe nicht in dem Busch hier gehockt. Ey, die Büsche sind ja geil. Da sieht man einer. Ja, ich hock auch mit in dem Busch drin. Und der ist an mir abgeprallt und hat sich nicht gewundert, ob da... Ach so, du saßt da auch noch. Ja. Ja, wir haben Trapper. Ja. Wir saßen dabei und er hat sich nicht gewundert, womit war ein Schlaf. Vielleicht dachte er, da geht es nicht weiter. Hä? Vielleicht dachte er, es ist gesperrt und da geht es nicht weiter. Keine Ahnung. Nee, nee. Vielleicht dachte er, es ist ein Hitbox oder so. Oh. Und wir hatten gerade so ein Schwein. Ja. Ich wundere mich, welcher Rang das ist. Aber man sieht einen da auch echt nicht dran. Nee, also... Aber er ist ja vor uns gelaufen. Also... Ich hasse diese Map. Ja. Ich bin auch irgendwie... Ich verstehe nicht mehr. Ich weiß nicht genau, wo ich lang rennen kann. Und dann renge ich irgendwie in den Sack. Was soll ich denn sagen? Ich glaube, ich habe die Map bis jetzt nur einmal gespielt. Hiiii! Oh Gott! Komm, tankenhit, tankenhit! Tankenhit! Weißer? Ach so, ja. Oh ja. Zu spät realisiert, sorry. Ja. Wir sind Noobs, weißt du? Ja, was erwartest du von? Nein! Nein, hätte einer von euch nur einmal in Hitbox reingekommen. Ja. Sorry, wir sind Anfänger. Kämpter jetzt? Das heißt, du eher mit Tank, Hit and Tank schreien sollen. Ich realisiere so mal. Ja, ich auch nicht. Du musst das gleich schreien bei mir, weil ich bin doof. Ich hole ihn, ich hole Bami. Ich hole Bami. Dann hocke ich mich wieder in den Busch rein. Dann heimisch mal. Ja. Ja. Und wir zahlen wir ihnen die Pläne in die Fresse. Dann kann uns nichts. Die nächsten Personen, die hängen, muss ich dann holen, außer ich bin zweiter. Dieser Appa, ja, was auch immer wie auch heißt. Der Russe. Es kommt immer wieder auf uns zu. Gibt's noch. Echt, der so. Das muss man Jenny machen direkt. Hä lol. Ich dachte. Oh Mann. Oh Gott. Oh Gott. Laufen dein Leben. Oh. Oh Gott. Laufen. Laufen. Oh Gott. Ness. Oh Gott. Ihr macht das schon. Oh Gott. Ich wollte irgendwie tanken, damit du direkt wieder gleich down gehst, weil das wäre sad gewesen. Das ist ne Falle. Wenn ich dich heilen soll, sag Bescheid. Ne. Oh, ich hab doch diese scheiß Spielchecktaste gebrüht. Ich hab die da gesehen. Baumi, bleib stehen. Ich kann dich heilen. Ja, ich heil grad die aufm Boden. Okay, ich komm mit her. Nein, ich will. Ja, ich glaub ich hatte da gesehen. Heil dich mal. Hä lol, wieso kann ich ihn nicht heilen? Ah ne, wer meint. Der rennt in die andere. Er kommt zu euch. Er legt dir ne Falle in den Haus. Also nicht da rein laufen, wo ich denke. Kommt zu euch. Oh, das ist ja auch ne Falle? Ja. Ja. Oh. Ja, ich hätte nichts machen können. Ich wäre so oder so gestorben gerade. Wo ist die Falle? Hier. Ja, da kannst du langlaufen. Die ist in der Geburtstache. Pass auf, er kommt. Lauf einfach. Hier ist bei dir auch ne Falle drin in den Haus. Die müssen wir mal wegmachen. Hm. Und ich heilen? Ja. Boah, ich bin leicht. Ich glaub du hier bringen mir kein Glück mehr, aber... Was soll denn das? Du hast mir keine Schere rein. Ich hab grad nicht aufgepasst, tut mir leid. Das ist mein Leicht der Massage. Oh Gott, krabbel weiter, krabbel weiter, krabbel weiter. So, ich hol jetzt die Falle hier weg. Hm. Dann rette ich Baumi. Kann ich dann gleich heilen? Heil mich mal. Okay, ich will jetzt noch irgendwas pro Luchatibes machen in der Runde. Ich hab bis jetzt nichts gemacht, außer wegrennen. Kann ich ja noch. Hast du die Falle da weggemacht? Ne, die hat er weggemacht. Okay. Lass es mal hier ranzetzen. Damit wir wenigstens noch einen Generator hier ankriegen. Was war das für ein Geräusch grad? Ja, schon. Das ist glaub ich der Generator. Boah, ich find die mal in Animation so cool. Verliebt da was drinnen, aus dem Gebäude. Hab keine Ahnung. Oder ist der Kaktus? Kommuniziert der mit uns? Was? Hä, was? Der Tinker, kann das sein? Ach man! Ja. Was hat der? Tinker? Was ist das? Das, wenn wir den Gen fast fertig machen, das wäre kein Hedgehammer. Oh, geht zurück zum Gen und pop den erstmal, glaub ich. Ähm, Lara, wo bist du? Ich hab hier, nein, wir schaffen das Symbol. Ähm, ich bin hier noch, er läuft gerade bei mir. Ich seh nicht. Kommst du mal nach hinten? Wo bist du? Warte. Ich hab mich gerade erschrocken. Oh mein Gott, ey. Ich hab grad hinter mir zum Kaktus geguckt und hab gar nicht aufgepasst. Er kommt, lauf. Aber Clara kommt. Lauf. Und der jetzt will hinterher in deinem Kott, ich bin dreieck. Viel Spaß dabei. Er läuft nämlich, glaub ich, dir nach. Ne, er läuft dir nach. Okay, der ist Kansch. Nein, er hat mich gesehen. Oh Gott, das war gerade so ein Dorn. Ja, ich bin bei Lara, ich häng sie, danke. Ne, ich muss abhängen, ich muss abhängen. So, ja, ich häng, aber ich sitze genau vorhin. Das war sehr ungewöhnlich. Na, ich bin auch mal hier in einer Nähe. Komm, ich bin hinter. Ich komm zu dir hinter. Ich komm zu dir hinter. Ich hoffe, er verfolgt jetzt nicht irgendwie die Spuren oder so. Pass auf, wir kommen ja hier um die Karren. Hm. Naja, ich weiß ja nicht. Pass auf, komm mal hier rum, schnell. Ja, ja, lasst mich ruhig nur unterhängen. Sorry. Oh, die beiden sind so süß, ey. Passt auf, er geht hoch auf das... Okay, ja, genau. Oh mein Gott, jetzt hol sie. Schnell, lauf. Warte mal hinter der Trenzer, hol sie raus. Jetzt wollen wir das schon heilen. Da können wir den Jenny machen. Ach da, naja. Lass mal das Zelt da ein. Wann steht denn da ein Zelt? Pff, keine Ahnung. Ist da eine Kiste? Kleiner Looter. Die Leute, wenn da kommt, versteckt uns einfach nur Gras. Was? Was hat man eigentlich vorher mit der Kiste gemacht? Keine Ahnung. Naja, rumgewühlt, aufgemacht und rumgewühlt drinnen. Ja. Oder? Ach ne, da hat man glaube ich an der Seite gezogen. Ne, du hast doch aufgemacht und drinnen rumgewühlt. Ja. Aber bis man es aufgemacht hat. Ja, du hast die doch gleich aufgemacht am Anfang. Du hast doch einmal hochgehoben und dann drinnen rumgewühlt. Ah ja. Stimmt. Wow, weißt du, ich bin die, die von uns am seltensten nicht bei Daylight gespielt hat und ich weiß es. Ja, ich bin nicht so ein Küstenmensch. Schreckt ich damit nicht aus ob. Schreckt ich damit nicht ausruhen. Schreckt ich damit nicht aus. Die dann mit... Oh mein Gott. Och, es rennt doch nicht so hin. Nice-o. Oh, jetzt die Map zu Ende. Ja. Oh, oh. Oh Gott. Scheiße. Siehst du ja. Mann, dass da... Hä? Vielleicht hebt er dich hoch und sieht mich nicht. Komm, heb mich auf, Bruder. Oder vielleicht kannst du mich dann... Heb mich auf, heb mich auf, heb mich auf! Ja, warte! Jaaaa! Geil, ich hab's auf Video! Ja, ich hab's gezählt! Das dauert mich schon weg. Mann, den liegen überall fallen. Ja, ich bin jetzt fort. Ich versuch's. Oh Gott, das ist noch einer, das ist ja auch ne Falle. Ne? Was? Was? Warte, komm zur Palette, komm zur Palette! Ich lieg drinnen. Ja? Ich bin daneben. Oh oh. Nein, hab ich gesehen! Wie sollt ihr mich gesehen? Ja, der kommt zurück, der kommt zurück, der kommt zurück, der kommt zurück! Ich bin da, ich bin da! Nein! Okay. Was? Was? Ich hab zu früh gezogen. Fuck. Ah, scheiße. Wie, ich weiß auch nicht. Scheiße. Mann, hätte ich sich auch wundern können, das wär perfekt gewesen. Mhm. Er legt ne Falle direkt dort am Haus, wo Baumi hing. Dort hinter ihm. Also so ein bisschen noch hin. Wir müssen mal die ganzen Paletten abforsten. Da sind überall fallen. Mhm. Jetzt geht der nach oben. Ich weiß nicht, ob ich hier so... Oh wow. Da klaut die Eiskeit das Medikit, was ich von ihr geklaut habe. Ja, das ist doch voll meins! Diebstahl! Was ist das? Wollt schon irgendjemand angefangen oder so? Keine Ahnung. Nee, ich glaub nicht. Oh, lauf doch, wenn ich auf diese blöde Sprint-Taste drücke! Was hatte mein Spiel für ein Problem? Zum letzten Falle muss ich mich wegmachen, aber ich hab's die Fallen schon weggemacht. Oh, das nervt mich so, wenn ich sprintet, dass mein Charakter nicht sprintet, sondern erst, wenn ich ein drittes Mal draufkau. Scheiße. Lol. Oh, ich hasse es. Passt auf, er kommt nicht zurück, er hebt nicht auf. Okay, kann heilen. Sie lässt mich nicht heilen. Sie hat Angst. Sie sieht doch, dass er mich hat. Was sind Jen oben machen? Was ist denn bei ihr falsch? Was ist denn bei ihr falsch? Du könntest mich davon einfach holen, komm. Ja. Was ist denn der jetzt? Weiß ich nicht. Irgendwo nach hinten Richtung euch gelaufen, glaub ich. Ach ja, stimmt. Ja, ja, ja. So will sie mich locken, ne? Haha, ich will euch alle töten. Irgendwie kämpft er jetzt so ein bisschen. Was ist denn? Nee. Richtiges Masterversteck. Mal auf den letzten Drücker mach ich das nicht. Wieso campt der jetzt so dieses... Ah, das war unglaublich. Jetzt musst du reinrennen, schnell. Ah, fuck. Wieso läuft der denn auch so behindert? Das ist so ein Camper. Ja, das ist echt ein Mist. Naja, es sei vor Kurasku gehabt, ne? Guck mal. Ist er wieder bei dir? Ja. Kannst du da so weiterlaufen? Ich laufe gerade weiter aus. Ja, ich weiß, ich seh sie hier, aber sie ist an mir vorbeigelaufen. Ich heil mich erst mal selber. Wie schon mal? Ah ja, ich hing schon mal. Ich hol dich dann gleich wieder. Ich heil mich nur schnell. Ist er noch bei dir? Kämmt er wieder? Ja, ich glaub schon mach einfach n' Jen. Warte. Ich hol dich. Ich will nicht mit diesem komischen Troller alleine sein. Dann kannst du mit... Ja, der ist bei mir. Mach n' Jen. Einfach sinnlos. Die eine ist jetzt aber hier bei mir. Mach einfach n' Jen. Was ist denn los? Lauf. Oh, doch, doch. Ach, Kaku, du hast gar kein Board of Time! Ne. Ich bin oder der Palette... Okay, doch nicht. Mach mal, das hat ja klappen können. Ich dachte, du wärst wie Board of Time, wenn du so risky Aktion hast. Nein! Ich wollte einfach so risky Aktion machen. Man kommt hinterher, fang an zu laufen oder so. Sicherlich. Ich kann mich einfach wieder mit Gras verstecken. Kann auch. Nachher wird's n' Pokémon. Bin Claudette, ich bin gut getan. Was macht denn die Andere? Oh, ich hab die Hedge gefunden. Die Andere... steht bei nem Jen und Board erwischt. Ach nee, oder? Aber die hink, glaub ich, noch gar nicht. Ich heil mich erst mal. Ich hätt doch n' Jen machen. Mhm. Kann ich mich da... Ah, ich hab keine Selbstheilung. Scheiße. Was hab ich denn überhaupt, weißt du? Ich hab Claudette und hab eigentlich mal Selbstheilung. Was bin ich für ein Noob? Also ganz ehrlich, Lara, was bist du nur für eine? Hat er mich gesehen? Der hört sich stöhnen. Aufruf, schnell. Das ist die Palette eigentlich. Ja, ich dachte ich schaff's noch zu ihr und kann sie runterholen. Falsch gedacht. Aber die Grafik sieht ja Bombe aus. Ja, ich find die neue Grafik auch echt richtig schön. Oh, ich dachte ich hätte Selbstheilung, sonst wär ich doch schon eher weggenommen. So, mal sehen, ob ich zwei Punkte habe, weißt du. Mal gucken. Mal gucken. Das war mir schon ein bisschen traurig. Ein bisschen. Ich bin aus dem Game rausgeflogen. Ja. Und was? Ja, mein DVD ist gecrashed. Mach das so. Okay, gut. Das war's mit der Folge. Danke fürs Zusehen. Natürlich. Und... Noch einen schönen Tag bei euch. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.